Wir sind der Meinung, es werden hier Sachen diskutiert, es werden gewisse Sachen beschlossen, die dann, wenn sie sozusagen nach Hause gehen, umgesetzt werden. Und sie haben ja selber damit geprahlt, dass sie bereits Anfang der 50er Jahre die EU beschlossen haben und den Euro beschlossen haben. Und das sind ja wohl sehr wichtige Sachen, die sie in die Wege geleitet haben. Wenn man das mit der Mafia vergleicht, dann sind diese Leute, dann ist die Mafia ein Kindergarten im Vergleich zu was hier für Leute sich zusammentreffen. Und das müssen die Leute wissen, das ist nicht eine harmlose Sache. Und ausserdem möchte ich noch sagen, man muss sich die Vergangenheit des Gründers der Bilderberger anschauen. Er war ein Mitglied der SS und der NSDAP. Tantr Dades ist erklärt, ja Bilderberg ist wie der Schafir in der Regenzen mondialer Klandestina. Malgräß in Wüte-Mains-Massivs demonstrieren Aktivisten der Totaleuropa und vor allem der Stadte des Units, wie sie verscheiden. In Griechenland und Spanien wurden wir sehr von der Polizei verfolgt und verhaftet und die Fotos und Kameras wurden uns weggenommen. Und ich bin sehr froh, dass wir hier in der Schweiz doch sozusagen zivilisiert sind. Und ich glaube, beide Seiten benehmen sich sehr anständig. Die Polizei, die Sicherheitsleute, aber auch die Leute, die hier ihren Unwillen zeigen, sind sehr zivilisiert. Und das ist sehr schön. Forse, in johna la quietezza momentana. La Polizia fa quinds unroman, kumver mille Aktivists. Und das ist sehr schön.